Was machen wir? Wir machen einen Midtaper und von der Länge her bis zu den Augen abschneiden und eine Art von Slickback oder so. Du möchtest es den Augen etwas gegen die Hände tragen? Ja, voll voll. Okay, so ein bisschen Mittelscheidung mässig oder eher alles? Ähm, Mittelscheidung mässig. Okay, das liegt noch ein bisschen für eine Falte. Ja, voll voll. Tipptopp. Machen wir top. Tschüss.